Uns ist ein gewisser Trend aufgefallen, dass viele Hersteller aus Bald was Neues machen. Kann man sagen, das ist ein Trend auf die diesjährigen Heimann Handwerk? Man kann durchaus sagen, dass der ein oder andere Aussteller mehr mit solchen Produkten kommt. Das ist mir selbst auch aufgefallen. Also ich finde auch, Upsiceling ist wirklich ein Thema. Und das ist für uns wieder ein Impuls, fürs nächste Jahr oder übernächste Jahr vielleicht gerade nach diesen Lösungen zu suchen und mit diesen Ausstellern die Messe zu befreien. Bis zum nächsten Mal.